Partizipation bei Kindern und Jugendlichen Doch was ist Partizipation? Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist deren verbindliche Einflussnahme auf Planungs- und Entscheidungsprozesse, von denen sie betroffen sind. Sie haben also die Möglichkeit auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen, die sie selbst betreffen. Wir beziehen uns in unserem Video auf das Stufenmodell der Partizipation nach hart und genähert. Es gibt 9 Stufen, welche von keiner Partizipation auf Stufe 1 bis zu selbstbestimmtem Handeln auf Stufe 9 reichen. Je höher die Stufe, desto größer der Anteil der Partizipation. Auf der Stufe 1 und 2 findet keine Partizipation statt. Hier wird fremdbestimmt. Zum Veranschaulichen ein kurzes Video. Hey! Na, was liest du so? Mein neues Lieblingsbuch. Und das ist eine Fachlektüre, oder? Nein. Okay, und was hältst du davon? Ich habe das ja auch schon gelesen. Das ist richtig toll und das würde auch mal guttun. Ja, aber es interessiert mich jetzt nicht so. Ich fände es ganz gut, wenn du es auch mal liest. Das würde dir wirklich mal guttun, mal nicht nur irgendeinen Kram zu lesen, sondern mal was ein bisschen auf deinem Horizont erweitert. Lies das mal bitte, okay? Das war echt gut. Das würde dir gefallen. Aber... Jetzt nehme ich einfach so lange mit und das passt schon. Von Stufe 3 bis 5 finden Vorstufen der Partizipation statt. Es werden Informationen vermittelt und Interessen angehört. Gegebenenfalls ist auch bereits ein Mitwirkung ermöglicht. Zum Beispiel die Ideenfindung. Auch hier ein kurzes Beispiel. Ja, und zwar, wir haben alle mal drüber gesprochen. Man merkt es ja auch, in den Gemeinschaftsraum geht keiner freiwillig rein. Das ist ein komplett abgefucktes Teil. Moment, ich schreibe mir das alles schnell auf. Ja. Und da würden wir uns halt schon wünschen, dass man da mal was machen kann. Es geht gar nicht wieder aus. Es ist langweilig. Man muss sich mal anschauen, die Wände und so. Man kann gar nicht richtig chillen. Die Sofas, die sind auch schon alt. Und da wollen wir halt mal was Neues dann haben. Mhm. Alles klar. Also ihr beschwert euch eigentlich drum, dass ihr den Gemeinschaftsraum gerne renoviert haben wollt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Genau. Mal eingerichtet haben und dass wir da ein bisschen was mitmachen können. Also Jungs, es ist so, es sieht halt schwierig aus. Klar, mit dem Budget, das wisst ihr. Ich kann das auf jeden Fall für euch weitergeben und dann können wir uns mal zusammensetzen und dann können wir mal gucken, was passiert. Aber ich kann halt für nichts garantieren, weil ja. Einfach mal, dass man irgendwas verändert da drin, weil so ist es einfach nur eine Bruchtbude, wo ich keinen Bock mehr habe, überhaupt reinzugehen. Alles klar. Ja, dann schau mal nach und gib uns einen Bescheid. Mache ich auf jeden Fall. Dann muss ich mal gucken, was passiert. Okay, aber danke, dass ihr es mir gesagt habt. Ja, danke auch. Bis dann. Bis dann, tschau. Bei den Stufen 6 bis 9 wird Partizipation aktiv statt. Hier ist es möglich, selbstbestimmt eigene Entscheidungen zu treffen. Hierfür haben wir euch ebenfalls ein kleines Beispielvideo vorbereitet. Herr Reih. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Schmidt. Ich sehe schon die Klassensprecher der 12. Klasse. Was kann ich denn heute für Sie tun? Also wir wollten unseren Abistreich eigentlich ankündigen. Und zwar haben wir hier die Liste mit unserer Planung, mit der Dauer. Ich hoffe, dass es für Sie in Ordnung ist. Genau. Wir haben für alles gesorgt, für Essen. Okay, und das soll auf dem Schulgelände dann stattfinden? Genau. Also Sie können alle Details hier entnehmen. Wir hoffen, dass es für Sie in Ordnung geht. Ja, und mit Ihren Klassenlehrern und so weiter ist das alles schon besprochen? Wir haben alles schon besprochen. Alles abgesprochen. Wir haben alles organisiert. Okay, dann überlasse ich Ihnen auf jeden Fall die Verantwortung. Und schön, dass Sie mich informiert haben. Und ist abgesegnet. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitteschön. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke gleichfalls. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Partizipation gefallen. Lasst uns doch ein Like und ein Follow da. Bis bald.